radikale selbstliebe führt zu stressfreiheit aber wie ist es denn bei dir wenn du dich zum beispiel morgen beim zähneputzen im spiegel anschaust wie ist es damit der selbstliebe also ich weiß nicht wie es dir geht bei mir ist das mal so mal so oder wenn ich beim einkaufen bin und mich nackt in der umkleide sehe das ist gar nicht so einfach mit der selbstliebe aber das alles entscheidende um den stress aus unserem leben für immer zu beseitigen ist die selbstliebe das sagt mein nächster interviewgast hier bei mir bei bettina geidner auf youtube radikale selbstliebe führt dazu dass du nie wieder stress in deinem leben hast darüber spreche ich jetzt hier bei mir wenn du über mehr solche kraftgebende interviews informiert werden möchtest dann drückt doch auf youtube die oberste glocke dann wirst du informiert wenn neue interviews hochgeladen werden liebe katrin anna günther ich spreche dich jetzt mit dem ganzen namen an dass meine zuschauer dich auch gleich googeln können ich fand es so ein tolles thema dass wir jetzt schon vorher durchgegangen sind radikale selbstliebe führt zu stressfreiheit im ersten augenblick war mir der zusammenhang gar nicht richtig klar könntest du mal bitte den zusammenhang erklären genau erst mal freue ich mich sehr dass ich hier bin bettina ich freue mich auch das ist immer schön mit uns ja das thema selbstliebe ist ein riesenthema ja und stress auch das heißt es macht sinn die beiden themen mal zusammen zu bringen und einfach mal zu schauen okay wie kann ich denn zukünftig besser mit stress umgehen es ist ja nicht so dass wir im leben niemals stress haben es wird immer so sein es gibt ja sehr sehr viele stressfaktoren psychoemotionaler stress es gibt äußere faktoren umweltstress ja es gibt amalgam stress also egal was wir im zähnen haben wir in bakterien also es gibt ganz viele stressfaktoren würde ich damit sagen das heißt wir können dem gar nicht ausweichen aber die frage ist immer wie gehe ich denn mit dem stress um und meine erfahrung seit jahrzehnten muss ich einfach so sagen weil es ja auch mein eigener weg ist hat mir eben gezeigt dass wenn je mehr ich in meine selbstliebe komme also je mehr je stärker ich an mich selbst an mich selbst glaube ja selbst gut zu mir bin ja und mich wert schätze und auch bestimmte sagen wir mal strategien und regeln befolge dazu kommen wir vielleicht noch dann kann ich doch wirklich meine selbstliebe stabilisieren weil die selbstliebe an sich ist in jedem schon drin die frage ist ja wie kann ich sie sozusagen herausholen wir sind ja eigentlich in uns schon vollkommen ja wir müssen ja einfach nur dass sozusagen aktivieren was schon da ist und im prinzip blockaden zur seite räumen es geht ja nur darum es geht nicht darum nach der liebe zu suchen ein ganzes leben lang ja oder nach der selbstliebe zu suchen sondern es geht darum das was uns von der liebe trennt dass wir das sozusagen zur seite schieben beziehungsweise uns anschauen die blockaden oder die großen wacker steine sage ich immer aus dem weg räumen ja und dann kommt unser wahres wesen dieser ganze schöne glanz kommt dann zum vorschein und dann kann ich natürlich mit stress auch ganz anders umgehen ich kann dazu stimmen wenn du sagst dass die dass die selbstliebe dazu führt dass man praktisch weniger stress empfindet das kann ich schon bestätigen aus weil auch weil automatisch ist es so je mehr ich mich selber akzeptiere desto weniger werde ich mich in situationen begeben die mir nicht gut tun auch wenn ich laut meinem verstand glaube ich muss das tun aber ich muss es gar nicht tun ich muss vielleicht auch keine arbeitsstelle haben wo ich sehr viel geld verdiene aber sehr viel belastung haben sehr viel arbeit habe selbstliebe das stimmt natürlich nur das thema selbstliebe das ist so breit gefächert und ich glaube jeder mensch sagt selbstliebe aber was ist denn selbstliebe was verstehst du als die die das wirklich entwickelt hat jetzt 30 jahre und auch in jeder arbeit weiter gibt und zwar die radikale selbstliebe wie verstehst du selbstliebe also ich persönlich würde es gar nicht radikal nennen ja sondern es ist das was wir sind also es geht immer in unserem leben warum sind wir hier es geht darum wir wollen unser potenzial also unser volles potenzial entfalten darum geht es ja das ist zwar nicht vielen bewusst aber darum geht es eigentlich hier und das kann ich nur entfalten wenn ich auf mich selbst achte wenn mir das überhaupt erst mal bewusst ist weil selbstliebe ist nicht nur sich selbst lieben weil das ist ja nicht so richtig greifbar ja das kann ja erst mal wie soll ich mich lieben ja das ist erst mal deswegen und das heißt deswegen habe ich ja im ursprung diesen selbstliebe-integrationsprozess entwickelt das ist ja sozusagen das fundament da können wir noch mal drüber sprechen sondern es geht darum erst mal zu erkennen warum bin ich überhaupt hier sich mal die fragen zu stellen wer bin ich überhaupt warum bin ich hier weil dann komme ich automatisch in diese richtung dass ich sage ja okay ich bin ja nicht hier um mich zu versklaven oder ich bin ja auch nicht hier um mich selbst zu geiseln sondern ich bin hier um glücklich zu sein und meine persönlichkeit zu entwickeln aber mit allen höhen und tiefen das heißt auch in der selbstliebe auch wenn ich in der selbstliebe bin ist das leben trotzdem so dass es nicht alles nur schön ist sondern die fehler die ich vielleicht trotzdem mache und alles was auf mich zukommt ist ja dazu da das zu erkennen dass auch selbstliebe dass es wichtig ist um mich in meiner persönlichkeit zu entwickeln wenn unser zuschauer aber nicht weiß wieso er hier ist wie kommt er drauf wie woher weiß jetzt unsere zuschauerinnen unser zuschauer darum bin ich hier ja indem er sich die fragen erst mal stellt und am besten aufschreiben wirklich warum bin ich hier einfach mal aufschreiben nur diese frage aufschreiben darüber mal reflektieren und dann den zettel einfach mal liegen lassen dann mal nach zwei tagen mal wieder daran vorbei gehen warum bin ich hier es ist nicht so wenn wir uns es geht oder sage ich mal andersrum wir sollten uns angewöhnen mehr frager zu werden statt sagen es ist wirklich so ja wir sollten uns in unserem leben mehr fragen stellen ja weil die antworten in uns schon liegen das thema ist dass wir uns nur im problem wälzen und dadurch nicht auf der lösungsebene sind und wir kommen dann nicht zu einer lösung und erwarten von außen eine lösung irgendwie die lösung kommt ja von innen ja die ist ja eigentlich schon da nur ich kann sie einfach nicht sehen ja so das heißt durch jammerei permanent mich in dem problem aufhalten wird wird es immer mehr ganz klar wie ziehen das ja anderen ja alles was ich beobachte wird größer und und hier geht es eben darum dass wir uns diese fragen stellen die sind eminent wichtig warum bin ich hier wer bin ich überhaupt da also ich hatte meine übung von einem tibetischen lehrer der sagte wenn du jetzt morgen sterben müsstest was ist dann wichtig und da war natürlich nicht wichtig wie viel geld ich verdiene und da war nicht wichtig ob ich jetzt kinder habe oder keine kinder habe aber also da war wichtig dass ich zum beispiel dass ich den menschen die ich die mir nahe sind dass ich ihnen sage dass ich sie lieb habe und auch zeige und dass ich mich selber lieb habe das war das wichtige für mich das ist natürlich subjektiv aber so eine frage ist natürlich sich selber fragen stellen auch damit arbeit kann helfen das ist ein sehr guter aspekt übrigens ja früh wach zu werden und sich als erstes die frage zu stellen wie würde mein tag heute aussehen wenn ich heute abend sterben würde ja viele haben nur dass angst vorm tod die würden sich diese frage nicht stellen weil es dann sofort ängste hochkommen ja aber auch die mal anschauen warum ist das so ne aber prinzipiell so den tag beginnen und dann stellt man fest dass man plötzlich liebevoller mit sich selbst umgehen dankbar ist für das was man ist und was man schon getan hat dankbar für sich selbst dankbar für die familie für den partner für was auch immer für für die arbeit die man tut ja auch wenn es vielleicht noch nicht die berufung ist ja man kann aber auch in der arbeit die man vielleicht momentan übergangsweise macht wenn man sagt ich weiß noch nicht was es ist aber ich mache es erst mal um geld zu verdienen ja es machen ja viele menschen so auch die kann man mit freude und spaß angehen auch das ist selbstliebe ja zu sagen jede minute die ich lebe jede sekunde ist so wertvoll ist so wertvoll egal was ich gerade tue und deswegen ist mein ganz persönliches motto liebe was du tust liebe wo du bist und liebe mit wem du bist und das jede sekunde ja also das ist eigentlich das ganze auf den punkt gebracht und wenn man sich das jeden tag wenn man früh aufsteht einfach mal sagt dann geht man bewusster durch den tag ist liebevoller zu allen anderen auch respektvoll und zu sich selbst auch ist es dann auch so dass zum beispiel wenn jetzt der innere widerstand gegen die lebenssituation vielleicht auch gegen eine arbeit die nicht passt hundertprozentig oder gegen eine falsche wohnung oder gegen gegen eine krankheit die ich habe egal gegen den widerstand der ist auch stress weil der widerstand der ist doch stress also bei mir verursacht widerstand sehr viel stress im körper viel energie kostet es ganz genau das ist das genau der punkt und wir werden ja nur durch widerstand krank egal ja weil widerstand ist mangel ja so in der fülle werden wir gesund im mangel werden wir krank wenn wir jetzt mal von krankheiten ausgehen dann haben wir stress so und es geht darum da kann man ja auch die formel der liebe anwenden anerkennen plus annehmen plus loslassen ist die allumfassende liebe das ist ja die formel die ich 2004 plötzlich nach der meditation erhalten habe und es ist gar nicht so die hört sich so leicht an aber sie umzusetzen ist sehr schwierig ist es weil dieses anerkennen erst mal meine situation anerkennen nehmen wir mal die arbeit ja jetzt mache ich einen job keine berufung sondern ich bin jetzt im job und sage okay das mache ich jetzt mal irgendwie bis ich was anderes finde das ist ja erst mal voller mangel weil ich bin nicht glücklich in dem job es hat mit mit selbstliebe erst mal gar nichts zu tun es hat nur was mit geld verdienen zu tun so was wäre jetzt wie komme ich jetzt in diese liebe in die selbstliebe ich könnte zum beispiel diese formel anwenden indem ich erst mal anerkenne meine situation jetzt mein ist zustand okay ich mache diese arbeit um geld zu verdienen ja indem ich mir nicht vormache ja ich mache jetzt diese arbeit und ist ja schön und ich werde mir schön denken oder was auch immer sie ich mache sie weil ich geld brauche ja ganz simpel um mich zu versorgen ja um mich zu versorgen ja wenn ich das anerkennen würde der erste schritt komme ich schon in meine kraft der zweite schritt ist annehmen annehmen bedeutet ja ich übernehme jetzt selbstverantwortung für das was ich tue ich übernehme dafür selbstverantwortung dass ich diese arbeit nur aus einem grund mache weil ich jetzt geld verdienen will das ist ganz ganz wesentlich und damit treffe ich eine entscheidung ich kann jetzt die entscheidung treffen okay ich suche mir was was mich glücklich macht oder ich treffe die entscheidung ich mache das jetzt weiter weil das geld mir momentan wichtiger ist als glücklich zu sein und dann kommt der dritte schritt dieses loslassen und das ist der innere widerstand den inneren widerstand dagegen loslassen dass ich eigentlich genervt bin dahin zu gehen jeden früh genervt wenn den chef zu sehen genervt wenn die kollegen zu sehen oder was auch immer ja die diesen inneren widerstand loszulassen darum geht es und den kann ich eben loslassen wenn ich eine entscheidung getroffen habe nämlich die entscheidung entweder ich stehe dazu diese arbeit zu machen weil es mir geld verschafft und ich bin glücklich darüber dass ich darüber geld verdienen darf einfach in die dankbarkeit zu gehen und dann geht der innere widerstand los oder ich treffe eben die entscheidung zu sagen okay ich suche mir was was mich glücklich macht beide wege führen in die liebe weil ich diese blockade dadurch loslassen kann und schon komme ich über zwei wege in meine selbstliebe wenn ich das mache was mich glücklich macht komme ich ja sowieso in die selbstliebe weil ich jeden tag glücklich bin ja und ich es gar nicht als arbeit empfinde sondern es ist das ist das leben ich muss doch jeden tag irgendwas machen ich meine ja die arbeit gehört doch auch dazu ja also den mehrwert zu schaffen produktivität als erfüllung das darum geht es doch so oder die andere variant ist sinnhaftigkeit die sinnhaftigkeit und die andere der andere weg zu sagen okay ich habe aber jetzt ich weiß aber noch nicht wer bin ich denn warum bin ich denn hier weiß ich nicht was ist denn meine berufung ich weiß es nicht ja es ist völlig in ordnung wenn es nicht weiß aber dann trifft doch die entscheidung dennoch mit dem was du jetzt tust dankbar zu sein dass du darüber dein geld verdienst jeden tag erstmal deine wohnung bezahlen kannst dir einen schönen urlaub leisten kannst dein weg erstmal gehst und den inneren widerstand und frust dagegen loslässt und einfach wartest bis die zeit kommt dass du plötzlich weißt was du willst aber liebe kathrin viele menschen sind nicht so weit du hast das jetzt ganz klar beschrieben wie es zusammenhängt und natürlich führt es auch zu einem weit gesünderen stressfreien leben diese diese schritte die du jetzt gesagt hast aber viele menschen sind noch nicht so weit erstens glaube ich dass es eine konditionierung sein kann dass die gedanken und die glaubenssätze ganz anders konditioniert sind und es kann auch sein dass sie sich gar nicht bewusst sind dass sie einen widerstand haben oder sie sind sie sie haben nicht das bewusstsein dass sie sich auch ihr leben verändern können sie sind in ihren gedanken in ihrem kleinen gefängnis und ich nehme mich gar nicht aus es gibt vielleicht situationen da bin ich auch immer im kleinen gefängnis drin man hat dann so ein kleines gefängnis von autobahnen im gehirn da geht es so grad aus rechts links und da hängt man drin und das geht nicht das ist nicht erreichbar das darf man nicht das soll ich nicht und so weiter und die frage ist wie spreng ich denn innerlich dieses glaubenssystem das vielleicht schon seit kindern an da ist um dann in diese selbstliebe zu kommen und auch ein stressfreies entspanntes glückliches leben führen zu können da gibt es ja es gibt ja viele wege ja das ist klar aber die frage ist welcher weg ist effizient ja ich möchte ja prinzipiell immer keine schleifen gehen sondern eigentlich möchte ich auf einem kurzen weg an mein ziel kommen normalerweise aber das leben ist oft nicht so das heißt wir brauchen viele wege ist unser eigener wachstumsprozess so der eine schneller der andere langsamer das völlig wertungsfrei das sind unsere eigenen prozesse die sind auch gut so diese muster und die konditionierung die bringen wir ja schon aus der kindheit mit wir bringen es ja schon von unserem elterlichen von vom elternhaus und vom umfeld mit und so weiter entspannt glücklich genau da gibt es wie gesagt man kann entweder der erste schritt ist es überhaupt erst mal zu erkennen dass ich ein muster bin jeder weiß ja hilft dein buch kann man sich da bewusster werden auf jeden fall das ist ja das ist ja ein arbeitshandbuch direkt darum geht es hier drin ja das ist ja nicht einfach nur ein buch sondern das ist ja meine leidenschaft die hier drin ist muss ich wirklich so sagen ja weil ich den weg ja gegangen bin schon und immer wieder Menschen in die selbstliebe zu führen nicht nur selbstliebe ich möchte menschen gesünder und glücklicher also nicht machen sondern ihnen helfen sie unterstützen gesünder und glücklicher zu werden und das ist auch meine große vision ja und dafür und das mache ich schon 30 jahren das wird auch die nächsten 30 jahre noch so sein ja und diese vision die die setzt sich ganz einfach um in verschiedenen sachen und ich habe viele techniken auch früher ausprobiert viele techniken techniken selbst kreiert um einfach weiterzukommen im leben und diese muster aufzulösen da kannst du kannst zum beispiel klopftechniken machen ja du kannst aufstellungen machen ja das kennen ja auch schon die meisten mittlerweile man kann diese formel der liebe benutzen ja aber hier habe ich jetzt eine wichtige frage ja wir haben schon viele interviews gemacht aber jetzt für zuschauer die zum beispiel jetzt zum ersten mal formel der liebe hören und du hast gerade die drei schritte genannt aber was bedeutet das dann ganz praktisch also was mache ich innerlich sage ich mir da diese drei schritte in gedanken gehe ich in das gefühl das dazu passt zu diesen drei schritten hinein oder stelle ich mir meine zukunft vor zusammen mit diesen schritten oder wie machen was mache ich innerlich also es ist nur sagen reicht ja nicht oder genau nur sagen reicht nicht sondern man muss es für sich fühlen und erkennen erst mal was damit wenn wir jetzt erst mal nur die formel der liebe nehmen würden ja wir gehen noch mal dahin weil sie wirklich schwierig ist umzusetzen obwohl sie wie gesagt ganz simpel ist immer so ja im genialen die umsetzung an dem markt ja genau dass das im einfachen liegt das geniale das wissen wir ja die formel ist so super einfach und genial und man kann jetzt schriftlich tun jeder mensch ist anders ja der eine macht es mehr innerlich und visuell mit bildern und gefühlen was letzten endes ja ohnehin den knackpunkt bringt der andere schreibt sich das auf also das erste ist wirklich erst mal anerkennen anerkennen was ist es ist egal was ich für ein problem habe es ist egal worum es geht ich muss es zuerst immer anerkennen also hinschauen wo stecke ich gerade drin was ist jetzt gerade mein problem ja das ist egal weil ich komme dann auch in das muster automatisch ja was hat man für ein typisches beispiel noch mal ein anderes beispiel als wir vorhin hatten was wir jetzt mal nehmen können ja sagen wir mal zum beispiel jemand verdient zu wenig in der arbeit und es ist ihm er verdient immer zu wenig und er traut sich gar nicht mehr gehalt zu verlangen genau typisches muster also im Sinne von ich bin es nicht wert ich habe keinen wert was ich arbeite hat keinen wert so ist es diese wertlosigkeit so oder man lässt sich schlecht behandeln vom partner ja es ist immer die wertlosigkeit dahinter was ganz ganz tiefes thema ist was zur selbstliebe gehört und dieses gefühl der wertlosigkeit was sich in der kindheit aufgebaut hat im ursprung weil ich vielleicht ich sag mal irgendwas schönes gebastelt habe oder so und wollte es meiner mama zeigen und die hatte keine zeit gesagt nee jetzt nicht ja also mich dann in dem moment wertlos zu fühlen mit dem was ich getan habe mit dem was ich bin das reicht nicht das hat ganz genau bin ich gut genug das zieht sich ja dann durch ja und hier habe ich auch in dem buch zum beispiel viele beispiele was man machen kann ja also das ist ja ein arbeitsbuch nicht nur zum durchlesen ja und diese wertlosigkeit um dabei zu bleiben die erkenne ich ja erst mal nicht im ersten moment sondern ich sage mir okay warum verdiene ich zu wenig geld genau oder die frage muss ich mir erst mal stellen ich habe ein vorstellungsgespräch und der potenzielle arbeitgeber sagt wie viel wollen sie verdienen ja und jetzt und du traust dich nicht genau das heißt bei so einem vorstellungsgespräch da bereitest du dich ja noch vor das heißt du kannst das nutzen zum beispiel nehmen wir die formel der liebe nutzen das heißt du weißt dass du ein schwaches selbstwert hast und dich wertlos fühlst also wirst du immer weniger verlangen als letzten endes als du wert bist weil du nicht weißt was du wert bist so und es gibt ja immer eine eigenwahrnehmung oftmals denken wir ja wir sind viel mehr wert als der markt uns gibt auf der anderen seite ist es der markt der auch wird der uns auch zeigt was wir wert sind dürfen wir ja auch nicht vergessen so und ich muss als ersten schritt aufschreiben okay anerkennen was ist ich traue mich nicht mehr geld zu fordern zum beispiel so dann schreibe ich mir das auf und dann denke ich warum warum eigentlich nicht ja warum traue ich mich das nicht und dann kann ich zum beispiel zurückgehen in die kindheit und mir überlegen so eine kette ich nenne das diese identitäten es gibt sieben verschiedene identitäten eine davon ist schwaches selbstwert ja und einfach mal die kette gedanklich zurückgehen wann hat es eigentlich angefangen ja so aber die zeit muss ich mir einfach mal nehmen die meisten hassten ja und rennen durchs leben im hamsterrad und haben ja gar nicht die zeit nehmen sich selbst ja gar nicht raus und sagen okay der freitag gehört mir jetzt mal da ist niemand da und ich beschäftige mich mal ausschließlich jetzt mit meinem problem warum verdiene ich so wenig geld so und dann gehe ich die kette mal zurück wann hat es eigentlich angefangen so manchmal merke ich das ganz einfach und kann mich sogar zurückerinnern als ich drei vier war das innere kind thema damit haben sich viele schon beschäftigt das annehmen wäre dann der zweite punkt dass ich sage okay also ich nehme jetzt erstmal ganz normal an ich traue mich nicht mehr geld zu verdienen zum beispiel ja so das kann ich ja auch erstmal anerkennen wenn ich jetzt nicht auf die ursache komme ich kann eine entscheidung treffen sagen ich suche mir jemand der mir dabei hilft wäre eine entscheidung die andere entscheidung ist ich versuche selbst ja jeder mensch ist unterschiedlich so wenn du selbst versuchst dann musst du da sind wir wieder bei der entscheidung selbstverantwortung dafür übernehmen ja die selbstverantwortung dafür übernehmen heißt wieder zwei wege die eine ist ich hole mir hilfe der andere weg ist ich gehe da ich weiß mich selber durch ja würde bedeuten jetzt hier dass man sich wirklich intensiv damit beschäftigt mit dem thema geld geld ist ja nur eine energie das heißt wenn ich wenig geld verdiene weiß ich habe irgendwo dort ein mangelthema welches mangelthema könnte es sein so dann fange ich ganz einfach an ich kann mir auch das aufschreiben ein mind map machen alles mögliche kannst du dir machen um um auf deinen auf deine löse auf deine eigene lösung zu kommen die ja schon da ist die antwort liegt in dir schon wenn du dich damit beschäftigst einfach mal einen tag und das mal liegen lässt und dann vielleicht noch mal einen tag ja dann kommst du schritt für schritt weiter selbst sogar die meisten gehen natürlich und holen sich gleich hilfe ja aber nehmen wir mal das selbst so jetzt kommst du da weiter und jetzt kommst du nicht drauf jetzt denkst du dir ort das ist wahnsinn ich komme hier nicht drauf warum warum verdient ja wenn ich jetzt meine kindheit zurückgucke natürlich habe ich da viel themen gehabt ja die vielleicht nicht so gut waren aber welches thema passt denn jetzt zum geld thema ja so und dann kannst du zum beispiel die klopftechnik nutzen kannst du dann einfach mach mal mit ja es gibt ja es gibt ja einmal die sos technik ich nenne sie so weil ich sie einfach so kreiert habe als schnelle technik ja aber wenn man jetzt intensiver reingehen möchte wir machen mal so ein geld thema mal wirklich mal durch wir machen mal einfach so ein thema durch weil zuschauer machen mit so ist es ja wir nehmen jetzt das thema ich glaube es geht den meisten so die verdienen einfach zu wenig geld weil sie sich das nicht wert sind das einzufordern was sie selber wert sind diese wertlosigkeit so und dann bin ich jetzt an dem thema angekommen und sage mir okay aber warum warum verdiene ich jetzt was ist jetzt die ursache ja so und dann könnte ich zum beispiel anfangen hier oben zu klopfen oben genau auf dem haupt meridian manchmal kann man auch von hinten anfangen aber ich mache es jetzt mal ein bisschen einfacher wir fangen einfach hier oben an klopfen hier und du kannst mir zum beispiel einfach mal nach sprechen ja ich spreche jetzt vor und du sprichst mal nach wichtig ist dass du nicht so klopft dass wir nicht so klopfen es geht darum dass die akupunkturpunkte die auf dem akupunktur meridian auf dem gouverneur hier oben liegen und überall dass wir akupunkturpunkte das sind nervenpunkte die direkt mit unserem nervensystem zusammenhängen auch mit dem parasympathikus dass wir die beklopfen das heißt nicht irgendwo sondern ganz speziell hier oben den scheitel ja so und die klopftechnik selber die könnte man zum beispiel was ja genau einfach hier so und dann kann man dabei sprechen und das mache ich jetzt mal für dich du klopft und ich mache das für dich wir gehen jetzt davon aus du wärst jetzt du wärst jetzt bei mir so und wir gehen jetzt mal ganz konkret bei dir das geld thema durch als würde es dich betreffen ja dann ist das für die anderen gerne ist das für die anderen gleich das richtige das heißt du bleibst in der mitte du kannst es auch ganz locker machen mit dem klopfen guck mal so einfach ganz locker klopfen gar nicht so verkrampft locker klopfen weil du brauchst dich momentan noch nicht darauf konzentrieren sondern ich mache das ja jetzt für dich der zuschauer kann sich ja kann sich das auch mitschreiben ja bestimmte oder mitmachen ja mitmachen auch gleich genau das heißt der einstieg wäre jetzt hier du kannst dir augen zu machen konzentriere dich mal auf das thema dass du einfach das gefühl hast ich bekomme zu wenig geld für meine leistung ja das ist ja heute jetzt hier das thema dabei klopft so schön locker einfach mit den handgelenken da oben auf den streich auf die stresspunkte drauf so und dann sprichst du mir einfach nach auch wenn ich das gefühl habe auch wenn ich das gefühl habe dass ich zu wenig geld für meine arbeit bekomme dass ich zu wenig geld für meine arbeit bekomme und mich das klein macht und mich das klein macht und traurig und traurig und ich mich dadurch wert wohl wertlos fühle und ich mich dadurch wertlos fühle achte und liebe ich mich achte und liebe ich mich und nehme mich so an wie ich bin und nehme mich so an wie ich bin und Und erlaube mir, auch wenn ich weniger Geld verdiene, und das Gefühl habe, dass ich mehr wert bin, mir selbst zu erlauben, auch mit weniger Geld glücklich zu sein. Und zu wissen, dass je mehr ich mich entwickle, immer mehr Geld mir zufließen wird. Wunderbar, toll. Halt, stopp, Augen zu, durchatmen, tief einatmen, rein spüren. Und jetzt einfach mal schauen, spür mal rein, was kommen jetzt für Gedanken hoch? Das ist ganz wichtig, jetzt für die Folge. Wir machen noch ein paar Punkte. Ich halte das Gefühl, ich bin frei, freier. Ich bin frei. Innerlich leichter, freier. Leichter und freier. Was kommt noch? Kommen vielleicht noch Einschränkungen? Spür mal rein. Ist noch irgendein Gedanke, der sich vielleicht einschleicht, wo du sagst, der könnte noch einschränkend sein? Nee, im Moment nicht. Es ist auch, ich muss sagen, es ist nicht das Hauptthema von mir, aber ich könnte immer noch mehr verdienen, ist klar. Aber es ist im Moment kein Gedanke da. Aber was wäre denn, wenn noch ein Gedanke da wäre? Das heißt, normalerweise ist das wie bei einer Zwiebel. Es würden jetzt noch neue Gedanken hochkommen. Das heißt, wir würden uns reinarbeiten bis zum Kern. Du würdest sozusagen auch bis in deine Kindheit vielleicht sogar kommen, vielleicht sogar bis zum Zwilling, bis zum Kern. Und könntest das mit dieser Technik sozusagen aus dem emotionalen und mentalen Feld rausklopfen. Indem du wirklich dann hier die nächsten Punkte nimmst, hier die nächsten. Ja, also hier Gallenblasenmeridian, Blasenmeridian, Magenmeridian. Und das ist eben, diese Klopftechniken, die gibt es ja, die habe ich ja nicht erfunden, sondern die gibt es ja schon. Ich kenne sie auch. EFT ist ja auch ähnlich. Das ist aus dem EFT, genau. Das kenne ich, genau. Das ist aus dem MFT. Und man kreiert die ja im Laufe der Zeit dann für sich. Zurück zum Thema. Es geht ja um den Stress. Jetzt nochmal, Stress ist ja für, ich würde mal sagen, für viele Menschen auch einfach so eine Erscheinung, die sie einfach tolerieren. Man hat halt Stress, so würde ich jetzt sagen. Was ich erlebe ist, dass es geht mir, je weniger Stress ich habe, desto besser. Das heißt, für mich ist zum Beispiel Stille wichtig. Also ich mag gerne, wenn das Handy lautlos gestellt ist. Da kann ich besser arbeiten. Aber ich merke einfach, mein ganzes System, mein ganzer Körper ist gesünder, wenn ich weniger Stress habe. Könntest du nochmal erklären, wie denn der Zusammenhang ist zwischen körperlichen Krankheiten und Stress? Und auch wieder gesund werden und weniger Stress? Stress ist allgemein, ja. Es gibt viele Stressfaktoren. Was passiert in unserem Körper, wenn wir Stress haben? Es ist so, dass wir, unser Nervensystem hat ja zwei Hauptstränge sozusagen. Den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Parasympathikus ist auch der Vagusnerv, so nennen wir den. Und der Vagusnerv, der beginnt quasi im Gehirn und geht bis in den Darm. Deswegen nennen wir auch unseren Darm das Bauchhirn oder das zweite Gehirn. Das heißt, sehr viel an Neurotransmittern, Serotonin, unser Glückshormon zum Beispiel, wird im Darm hergestellt. Durch die Säurebakterien, durch Lactobakterien zum Beispiel, zu 95 Prozent sogar. Auch Dopamin, um Energie zu haben, das wird im Darm hergestellt. Wir haben früher immer gedacht, das kommt alles aus dem Gehirn, wird im Gehirn hergestellt. So ist es ja nicht. Deswegen ist ein gesunder Darm ganz, ganz wichtig für eine gesunde Psyche. Und umgedreht. Das heißt, es gibt immer eine Interaktion zwischen Darm und Hirn. Das ist das eine. Wenn wir Stress haben, übersäuert unser System, unser Stoffwechsel. Das heißt, die Gefäße verengen sich, der Blutdruck geht oft hoch, Adrenalin, Cortisol wird ausgeschieden. Und das ist natürlich auf Dauer. Also mal für eine kurze Stresssituation ist das völlig in Ordnung. Dafür sind wir gebaut. Der Körper neutralisiert sich wieder, indem er dann auf Mineralien zugreift und so weiter. Und das alles wieder in Balance bringt. Aber wenn wir einen Dauerstress haben, und es geht immer nur um Dauerstress, dann ist es eben so, dass die Regulation gestört ist. Das heißt, der Sympathikus und der Parasympathikus kommen in eine sogenannte Regulationsstarre. Und diese Regulationsstarre, die sorgt dann dafür, dass wir hängenbleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal mit unseren körperlichen Symptomen, aber auch mit unseren psychischen Symptomen. Wir kommen nicht weiter. Wir müssen also was machen, um aus dieser Regulationsstarre wieder rauszukommen. In der Praxis habe ich so einen sogenannten Stresstest. Da kann ich dann sehen einfach, wo liegt die Regulationsstarre. Das kann man dann messen ja auch. Und auch, was ist wichtig, um die Starre wieder aufzulösen. Man kann die eben durch Stille, durch Meditation, durch Atmung zum Beispiel auflösen, aber auch durch Sport, durch Trampolin, ja, durch Joggen oder einen Waldspaziergang oder einfach mal die Augen schließen. Also das sind unterschiedliche Ursachen. Also ich will mal sagen, es ist nicht für jeden alles gleich. Also nicht jeder kriegt die Regulationsblockade zum Beispiel durch Trampolinspringen auf. Ja, genau. Oder durch Meditation. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann überhaupt nicht meditieren in der Stressphase. Also das heißt praktisch, für die Gesundheit und die Selbstregulation ist es sehr wichtig, praktisch entspannt zu sein. Dann habe ich das so richtig verstanden, wie du es jetzt bestätigst. Umzuschalten. Und umzuschalten. Und umzuschalten. Genau. Wir können mit Stress umgehen. Ja, genau. Aber die Selbstregulation, das ist ja das, was heilt. Es heilt uns ja der eigene Körper. Ganz genau. Vor allem nachts. Und dafür muss er wieder praktisch in Balance sein. Genau. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel erkältet bin und ich bin einen Tag im Bett, bin ich am nächsten Tag gesund. Bleibe ich nicht im Bett und arbeite weiter, dauert es zwei Wochen. Ganz genau. Das ist das Grundprinzip. Diese Entspannung, dieses Runterkommen ist ganz wichtig, dass der Körper wieder sich regulieren kann. So richtig verstanden. Genau. Also der Körper heilt sich nur im parasympathischen Zustand. Das heißt, wenn der Vagusnerv aktiv ist. Also entweder nachts, indem wir entspannen oder am Tage uns immer mal zwei Auszeiten nehmen. Wir haben ja einen Biorhythmus jeder Mensch. Ja, und oftmals ist es so, dass die Zeit zwischen, sag ich mal, sieben und zehn, da haben wir eine Senke. Und zwischen 14 und 16 Uhr ungefähr. So 15 Uhr ist meistens unser Tiefpunkt und neun Uhr morgens der Tiefpunkt. So, und dadurch, dass wir uns meistens überhaupt nicht nach unserem Biorhythmus richten, wir arbeiten einfach durch oder was auch immer wir zu tun haben gerade, ist es so, dass wir diese Senken nicht beachten, wo eigentlich genau der Körper zweimal am Tag wenigstens diese Ruhepause bräuchte. Wir arbeiten aber durch. Ja, genau. Nehmen wir uns die Ruhepause nicht und das jeden Tag. Und das ist das Problem. Ja, weil die Natur hat eigentlich alles eingerichtet, dass wir gesund bleiben können, wenn wir mit der Natur gehen, also mit unserem Rhythmus quasi. Und da wir den Rhythmus übergehen, ist es so, dass wir dann eben doch krank werden. Also das heißt, die Lösung wäre, um neun oder halb neun, was auch immer, wirklich mal eine Pause zu machen und in der Pause entspannt zu essen, gut zu kauen oder mal die Augen zuzumachen oder mal eine Atemübung zu machen oder eine Kurzmeditation oder mal draußen laufen, eine kleine Runde. Ja, genau. Und das gleiche nachmittags. Dann wären wir an der Regulation. Es wäre eigentlich ganz einfach. Wir würden nicht in den Dauerstress kommen. Eigentlich ganz simpel. Du hast ja in deinem Buch auch neun Schritte zusammengeschrieben, die dafür helfen, um praktisch aus dem Stress rauszukommen und in die Selbstliebe auch zu kommen. Könntest du diese neun Schritte mal beschreiben? Also die halt neun Schritte, dieser Bauplan, die praktisch dazu führen, dass man ein innerlich gesünderer, entspannter, stressfreierer Mensch ist. Es ist ein bisschen umfangreicher, als wenn ich es jetzt nur so erwähne. Klar, aber man muss nachlesen. Ganz genau. Aber es geht in erster Linie darum, dass man erst mal sich über sein Leben mal, wie fange ich am besten an? Also man braucht eine Vision, so würde ich wirklich sagen. Du brauchst eine Vision für dein Leben. Und die Vision darf groß sein. Wenn ein Mensch, der keine Visionen hat, keine Ziele, keine Werte, wenn er über nichts nachdenkt, einfach früh aufsteht, irgendwie im Hamsterrad irgendwas arbeitet und dann wieder ins Bett geht. Die Arbeit, jeden Tag bis zur Rente und dann sterben. Genau. Ja, über nichts weiter nachgedacht hat. Schade um das Leben, muss ich mal so sagen. Also es ist auch zwar eine Bewertung jetzt, aber es ist schade. Dafür sind wir nicht da. Wir sind dafür da, dass wir unser volles Potenzial leben und dazu brauchen wir eine Vision. Was ist denn meine Vision für mein Leben? Und dafür muss ich mir mal Zeit nehmen, mir das mal aufzuschreiben. Die Vision habe ich nicht schnipp, schnapp, sofort, aber die ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich diese Vision habe, dann zieht mich automatisch mein Universum. Wir haben ja alle unser eigenes Universum und diese ganzen Universen ist ein großes, ja, wir sind ja alle Energie. Das heißt, dieses Universum, es zieht mich in meine Vision hinein. Deswegen muss sie groß genug sein. So, wichtig ist dann auch, dass wir Ziele haben. So, und wenn viele Ziele hören, dann verspannen die sich schon, dann sehen die rot, ja, im wahrsten Sinne. Meine Anstrengung. Oh Gott, Anstrengung. Ziele, soll ich mir Ziele aufschreiben? Und das macht mir Druck, das macht mir Stress. Darum geht es überhaupt nicht, ja. Ja, sondern Ziele sind die Wegweiser. Ich brauche einfach nur Steps, ja. Wenn ich eine große Vision habe. Die machen Freude. Ja. Wie will ich denn da hinkommen? Freudeziele. Ja, Freudeziele. Es soll ja alles Spaß machen. Darum geht es ja. Deswegen früh schon mit Dankbarkeit aufstehen. Mit Freude, ja. Und mir überlegen, okay, wie soll heute mein Tag aussehen, wenn ich heute Abend sterben würde. Ja, das ist einfach der Punkt. Das ist ein ganz anderes Denken plötzlich, was man hat. Ja, man geht viel bewusster durch den Tag. Und das jeden Tag gemacht, haben wir eine neue Zukunft, ja. Weil es beginnt alles in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, ja. Und darum geht es. Das heißt, die Ziele, schöne Ziele sich zu setzen, ist ganz, ganz wichtig. Aber nicht die Ziele von vorn nach hinten gehen, sondern von hinten nach vorn. Das ist auch ganz, ganz wichtig, ja. Dass ich mir sage, okay, was soll denn Ende des Jahres sein? Wie sehe ich mich denn Ende des Jahres? Was möchte ich denn für mich erreicht haben, aber nicht erreicht im Sinne von Druck und Stress, sondern der Sog ist es. Niemals der Druck, ja. Und sich dann eben Etappen, Ziele nach vorn bauen. Kleine Etappen, kleine schöne Ziele setzen, ja, um das zu erreichen. Okay. Kann beruflich sein, kann privat sein, das ist völlig egal. Dritter Punkt. Genau. Werte, ja. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns über Werte Gedanken machen. Was sind meine Werte? Das ist das A und O. Werte sind unser innerer Kompass. Ja. Wenn wir nicht unsere Werte kennen, dann wissen wir auch nicht, wo wir hinwollen. Also man glaubt es nicht, wenn man das erlebt hat. Ich selber habe es für mich erlebt. Ich hatte früher nicht bewusst Werte. Also ich habe mir nie über Werte Gedanken gemacht, ja. Ich habe einfach gelebt. So. Ja. Und bis dann einfach mein Bewusstseinsprozess losging, Persönlichkeitsentwicklung, das Leben. Und als mir dann bewusst war, welche Werte ich überhaupt habe, dazu gehört auch Wachstum, ja. Lernen. Ja. Auch wichtige Werte. Dann ist es automatisch so, dass dein Inneres richtet sich aus danach. Also dein Leben. Du ziehst Sachen in dein Leben, die deinen Werten entsprechen. Genau. Ja. Und deswegen sollte man sich seine wenigstens fünf, sechs, sieben Werte aufschreiben. Ja. Die Werte können sich im Laufe des Lebens natürlich verändern. Wenn du dich in deiner Persönlichkeit entwickelst, entwickeln sich manchmal auch Werte, verändern sich auch manchmal Werte, auch Ziele, ja. Aber diese Hauptwerte, die mich ausmachen, mich als Persönlichkeit, als authentischer Mensch, die sind ganz, ganz wesentlich, ja. Die müssen passen. Dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Leben immer unsere Missionen haben. Ja, ja, eh. Unser Warum. Warum mache ich das denn? Ja, warum... Aber Mission ist nicht Vision. Nein. Nein. Eine Vision ist unser großer Überbau. Also warum ich das, was ich zur Welt beitragen möchte. Das ist meine große Vision, ja. Wer will ich sein, wenn ich später gestorben bin? Was soll auf meinem Grabstein stehen? Was möchte ich, welchen Mehrwert möchte ich für Menschen geschaffen haben? Es geht doch immer nur darum, es geht doch nicht um uns selbst. Also es geht auch nicht in meiner Vision um mich oder irgendwas. Es geht nicht um mich. Es geht darum, was kann ich in diesem Leben beitragen für andere Menschen. Genau. Und das hat jeder, jeder Mensch. Nur darum geht es, ja. So. Außer die, die... Jeder Zuschauer. Außer die, die, ja, den ganz hohen Wert Gier haben, ja. Das ist natürlich dann eine andere Geschichte. Das muss aber jeder mit sich selber klar machen, ne. Prinzipiell geht es darum, wer, das ist die große Übergeordnete, ist die Vision. Aber die Mission ist das, was mich antreibt. Dass ich jeden früh aufstehe und sage, wow, dafür habe ich Lust. Zum Beispiel ein Buch zu schreiben, das weiß jeder, der ein Buch geschrieben hat. Man muss dranbleiben. Ja. Es ist viel, viel, viel Arbeit. Aber man macht, man schreibt ein Buch nicht, weil man damit viel Geld verdient. Das ist ein Irrglaube. Man verdient nichts. Es kostet nur Geld, ja. Es ist leider so. Natürlich, es ist so. Aber es ist eine Mission dahinter. Warum? Warum mache ich das? Welchen Mehrwert möchte ich den Menschen damit geben, ja? Dass andere auch vorankommen. Dass andere davon partizipieren, dass ich in vielen Bereichen das schon geschafft habe. Und dieser Bauplan, diese Punkte, wieso sind die wichtig, um meinen Stress zu minimieren im Leben? Weil wenn du keine Strategie hast und keinen Bauplan, ja, dann bist du wie so ein Hase, der hier tic-tacke und heute mache ich das und morgen mache ich das. Und was muss ich jetzt? Völlig ungeordnet, völlig ungeordnet. Stell dir vor, du willst ein Haus bauen und es gibt keinen Bauplan. Ja, erstes Fundament. Nach dem Fundament, ja, dann kommen erst die Türen und die Fenster. Oder wenn die Mauer hochgekehrt, dann kommt erst das Dach oben drauf. Ja, weil viele sind so in ihrer Panik, sind unstrukturiert. Die fangen mit dem Dach an und wundern sich, dass sie nie ans Ziel kommen. Und sind unzufrieden dann und immer traurig und trauen sich nichts mehr zu. Glauben nicht mehr an sich, weil sie ihre Ziele nie erreichen. Ja, und dann wird das Selbstwertgefühl immer schwächer, immer schwächer, immer schwächer. Es geht aber darum, wir wollen unser Selbstwert und unseren Glauben an uns selbst stärken. Und das brauchen wir durch eine Struktur. Ja, und diese Struktur, die beschreibe ich hier. Wie kann ich Schritt für Schritt meine Persönlichkeit verbessern, verstärken, vergrößern, wie auch immer du es nennen willst. Ja, auf jeden Fall geht es darum, wie werde ich aus einer unzufriedenen Persönlichkeit eine glückliche Persönlichkeit. Es ist auch so, wenn ich weiß, ich erfülle meinen Lebensplan, dann sind die kleinen Schwierigkeiten, die auftauchen, gar nicht so schlimm. Die gehören dazu. Die gehören dazu. Das ist einfach ein Entwicklungsprozess. Es ist eine Weiterentwicklung, aber man denkt mal, dass man sich weiterentwickeln kann. Jetzt habe ich eine kurze andere Frage, weil ich habe vor kurzem bei einem psychologischen Kongress, also Neurologen waren es eigentlich, also Psychoneurologen, da fiel immer mehrmals dieser Satz, das Trauma, das ein Mensch erlebt hat, das sitzt in den Nerven. Und das ist Stress für ihn. Also ein Trauma würde in den Nerven sitzen. Die haben aber nicht beantwortet, wie geht denn das Trauma aus den Nerven wieder raus? Ja, gut. Das finde ich ist das Wichtige. Also es ist auch Stress. Ja, ein Trauma sitzt ja nicht in den Nerven, sondern ein Trauma sitzt in der Regel im limbischen System, im mittleren Teil des Gehirns. Und dort sind die Stressareale über das Nervensystem verbunden direkt mit Organen. Nehmen wir mal an, starke Ängste, nur mal als Beispiel. Ja, dieses Angst-Trauma, was irgendwann mal passiert ist, sitzt im mittleren Teil des Gehirns, hier irgendwo, ja, und ist direkt mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus verbunden. Und das direkt geht zu den Nieren. Ja, so. Das heißt, solange dieses Trauma da ist, wird die Niere immer ein bisschen minder durchblutet sein. Automatisch. Warum? Weil der Zufluss zur Niere durch den Stress, der durch das Trauma da ist, die Gefäße verengt. Ja, so. Und diese Verengung der Gefäße sorgt natürlich dafür, dass die Niere nicht richtig durchblutet ist. Löst du dieses Trauma auf, und das kann man wunderbar eben mit Techniken wie Psychokinesiologie und so weiter machen, über die Niere löst du das auf, dieses Trauma, dann bups, sofort, der Effekt ist sofort da, ja, entspannt sich das System, der Parasympathikus wird aktiv, die Gefäße weiten sich wieder, die Niere wird wieder versorgt, ganz normal, über Nerval und auch über das Blut, über die Durchblutung. Und dann geht es dem Menschen sofort besser, weil er mehr Lebensenergie hat, ja, weil ist die Niere eingeschränkt, ist natürlich die Lebensenergie auch eingeschränkt. Und so ist es mit jedem Trauma. Also jedes Trauma, muss man sich vorstellen, hat eine Zuordnung zu einem Organ. Das kann die Leber sein, das kann die Schilddrüse sein, ja, das kann das Herz sein, das kann der Darm sein, Dünndarm, Dickdarm, also es ist völlig unterschiedlich. Was würdest du jetzt aus deiner langjährigen Erfahrung sagen, was ist denn das alles Entscheidende dafür, dass ein Mensch lang gesund bleibt? Also, ich glaube ganz klar, immer zwischen Anspannung und Entspannung im Balance zu sein. Ja, das ist ja das, was uns, ich sage mal, der ganze Buddhismus ja schon seit Jahrtausenden lehrt, immer schön, komm in deine Mitte, komm in deine Mitte. Aber was bedeutet das, ja? Es heißt ja nicht, dass wir jetzt nur noch, dass wir Angst vor Arbeit kriegen, ja, und jetzt nur noch relaxen und in Urlaub fahren, das hat jetzt damit überhaupt nichts zu tun. Sondern wir sind dann glücklich und werden hornalt und sehen immer jünger aus, wenn wir das machen, was wir lieben. Und das ist das Aller, Allerwichtigste, Produktivität, also Erfüllung, ja, weil dann ist das keine Arbeit für uns, das ist ganz, ganz wichtig. Und immer dann gleichzeitig die Balance zu finden, mal rauszunehmen, sich rauszunehmen, mal in die Meditation zu gehen oder in die Entspannung, egal wie das bei jedem aussieht. Die Auszeiten nehmen, ja, das kann am Tag, wie gesagt, zweimal am Tag sein, es kann ein guter Schlaf nachts sein, ja, wirklich 22 Uhr ins Bett gehen, gut durchschlafen, ja. Und dann kann man auch um sechs aufstehen ohne Probleme zum Beispiel, ja, also einen Rhythmus haben, unser Körper braucht Rhythmen. Die ganze Natur ist auf Rhythmus ausgerichtet und diese Rhythmen sind ganz, ganz wichtig, dass wir die einhalten, ja. Und dann einfach in der Freude sein, in der Dankbarkeit, dankbar für den anderen, ja. Und eben immer lieben, was ich tue, egal was ich gerade tue, ob ich die Straße fege, ja, den Müll rausbringe oder ob ich irgendwas anderes mache, das spielt keine Rolle, ja. Immer lieben, was ich tue, lieben, mit wem ich gerade bin, ja, in der Freude sein, in der Dankbarkeit, ja, Respekt vor dem anderen zu haben, den anderen als wertvoll zu betrachten und mich selbst auch, ja. Und auch immer lieben, wo ich gerade bin. Wenn jetzt jemand mit dem Buch mehr arbeiten möchte, wie würdest du sagen, jetzt kann er anfangen? Indem er einfach von vorn nach hinten durchgeht. Es gibt ja viele Menschen, ja, die schlagen es gleich mal auf und fangen die hinten an, ach, hier sind Fragen, okay. Also das Buch ist aufgebaut, ja. Sicher kann man auch mal nachschlagen, ja, aber es ist aufgebaut, pädagogisch aufgebaut, so will ich es mal sagen. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, von vorn nach hinten anzufangen, weil man viele Sachen erst mal dann versteht, ja. Und ruhig, wirklich intensiv damit zu arbeiten, wirklich sich aufzuschreiben. Wir haben Möglichkeiten in dem Buch, ja, sich Notizen zu machen, die Fragen nochmal sich selbst zu beantworten, das Buch hinzulegen, nochmal anzufangen, ja. Was weiß ich, nach einer Woche das nochmal aufzuschlagen. Wer wirklich mit dem Buch arbeitet, findet auf jeden Fall seine Vision, sein Ziel, ja, seine Werte und kommt dorthin, wo er hin möchte. Die meisten sind aber oberflächlich und haben das nochmal durchgelesen, ja, ja, ja. Ja, man muss arbeiten. Man muss immer ganz, es geht darum, wer will ich sein, was muss ich dafür tun und was habe ich dann. Die meisten gucken erst mal nach dem Haben, oh, ich will das, ich will das, das ist ja Mangel, ja. Aber wir müssen, ja, wir müssen erst mal was tun, ja, um dann, wie gesagt, entweder sein zu können, der wir sein wollen, ja. Oder wir sind es schon, weil uns das bewusst ist, dann tun wir was dafür und dann werden wir es auch haben. Wunderbar. Liebe Katrin, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in das Buch, in deine Arbeit. Und einfach danke, dass du diesen tollen Selbstliebe-Integrationsprozess überhaupt entwickelt hast. Ich danke dir sehr wunderbar, dass du da bist und dass du uns an deinem Leben und an deiner eigenen Entwicklung teilhaben lässt. Danke. Gerne, gerne. Dankeschön, dass ich hier sein kann. Liebe Zuschauer, ihr findet Informationen natürlich zur Katrin unter dem Video verlinkt. Da könnt ihr auch Kontakt zu ihr selber aufnehmen und mehr zu ihrer Arbeit erfahren. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr viele Kommentare schreibt, sodass dieses Interview dann auch von YouTube öfters geteilt wird. Ihr findet Links, wie ihr zum Buch kommen könnt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich abonniert und wenn ihr auf meine Webseite schaut, da findet ihr Informationen zu meiner Arbeit. www.bettinageidner.de Bis zum nächsten Interview. Bis bald. Eure Bettina. Eure Bettina.